hallo und willkommen zu einer neuen folge star wars battlefront 2 wir machen direkt erst mal die tägliche kiste auf was da so drin ist ich vermute jetzt mal credits 500 stück ganz einfach mal so vermutung das drin ja für volks ich glaube dass die meinte ist das gleiche drin auf jeden fall wir spielen jetzt hier das nächste spiel multiplayer unter wir spielen jetzt was hatten wir jetzt schon gemacht hätten das gemacht ich sag mal was auf mein angriff das kann ich einfach mal was die runde gefunden wurde denn das kann vielleicht mal ein bisschen dauern es wird gefunden der runde ok es wurde eine runde gefunden super geil ein da hot außenposten delta das kommt mir jetzt so gar nicht bekannt vor du kannst den erhaltenen belohnen auf der seite einsehen schließe beinsteine neue inhalte für truppler und helden freizuschalten auch nicht schlecht ok sechs spieler werden noch gesucht in der zeit werde ich jetzt hier schon mal aussehen was ich sein will angriff schwer offizier oder spezialist habe ich auch die karten hier auch stoffermine für stärker konnte ich war hier seine waffe obwohl liegt immer wieder von dem art hier an es werden ja noch spiel gesucht ist das jemand kriegt die können wir die sammlung wenn die freigeschaltet werden dann habe ich auch gleich noch ein paar karten rein ja das natürlich ziel schluss wird sich gut an und steht hört sich auch gut an was aber hier noch so dass das oh ja auf jeden fall und er hat schon karten ok dann ist aber internetverbindung h es ist auf jeden fall das erwarten bis sechs weitere spieler join okay wie ewig dauern so bin ich wieder ich habe jetzt aber ein anderes spiel genommen ich habe jetzt doch mal jedes andere dings genommen ich weiß nicht wie das jetzt hieß gefecht glaube ich war es weil irgendwie kam jetzt gerade keine spieler mehr ich habe da irgendwie so fünf minuten mindestens gewartet da kam gar nichts deswegen habe ich mir jetzt entschieden für das andere mit 16 16 20 spieler glaube ich für spieler waren das keine ahnung egal so und das geht auch schon los wie man sieht ich nehme einfach mal den spezialisten mit dem kann ich glaube ich am besten klar kann ich zumindest beim so rumspielen auf jeden fall oha ah das war diese map hier es ist nicht immer die gleiche das spiel geht sogar schon los ey läuft sogar schon auf ich hatte dieses luft geworfen Oh krass Ich wollte gerade irgendwas werfen Alter was soll denn das Ich wollte gerade das eine da aktivieren Was auch immer das ist Alter das finde ich schwer der stirbt Das kann nicht sein Ich weiß aber auch extrem Derf ich irgendwelche Spieler zu finden Was ist denn das hier Stummi Oh krass Oh krass man Habe ich denn jetzt besieg gekommen Oh alter ey krass Soll ich trotzdem warten ey toll Die Gruppe war voll 39 zu schaffen wir noch niemals Das ist einer von uns ne Ich bleibe mal hier oben hier fühl ich mich sicherer Oh fuck Oh wo kommt der denn auf einmal her Oh fuck wie kommt der denn da hoch Ich wusste gar nicht dass der da hoch kommt Ach da da ist auch noch irgendwie ein Weg Ah man kann doch mit Leerttaste da einfach rüber springen Okay Mit Leerttaste kann man doch einfach joinen Okay das muss ich nicht Kann ich mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeit sparen Ich geh mal da lang Das geht gar nicht mehr Wir sind hinten am Rand der Map wieder Fuck ey Alter schieß doch mal alter du dumm Kopf Alter schieß doch Ich hab doch Ich hab die ganze Zeit geändert Also ich muss sagen Manchmal tut das Spiel einfach bestimmte Sachen nicht an Ich weiß nicht ob das jetzt hier an meinem Ping liegt Aber ich hab jetzt gestern extra Ein bisschen mehr Arbeitsspeicher in den PC reingemacht Ich wusste alles damals nichts zu tun Jetzt wollte ich trotzdem scheiße laufen Ich komm an den da hin Da will ich auch mal hin Da will ich hin Ist irgendjemand? Alter wo geht denn das hier lang ey Da komm ich nicht rein Shit Da legen Sturmtruppenköpfe rum Da darf ich auch nicht lang Meint tatsächlich Da sitzt gerade was Qualcate hier sind Gegner 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 Seid ihr den Gegner? 25 zu 30 Ich mein'n Platz spannend ne Ich komm an den da Ich komm an den komischen Brücken da raus Oh Alter Wo kommt der denn her? Vor allem mit einem Schuss Wie kann er mich damit Mit einem Schuss direkt besiegen? Vielleicht soll ich doch mal Ne andere Dings nehmen Wie kann er mich damit Mit einem Schuss direkt besiegen? Zwei Schuss Habt ihr das gesehen? Ein einziger Schuss Ich war weg Ich hab doch nicht mal einen Kill gemacht In dem Modus hier Nimm mir einen von Wann hier direkt Hab ich hier direkt gestiegen Hab ich jetzt irgendjemand damit getroffen? Ne oder? Stimmt nicht Oder prozentig nicht Okay Was ist hier? Was? Geh Was kann ich hier machen? Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab einen Schalter gedrückt Oh Ach man kann ja Aber die Brücke ausfahren Die Brücke weg machen Jetzt wär ich da fast runtergefallen Ne Woher soll ich das denn wissen Was war damit die Brücke aus Ich dachte Es wird damit die Tür zu Hä warum wär ich immer Zu zurückgepackt? Digga ist wirklich Jetzt ein Ping hier? Oh krass Hä? Was war denn das jetzt? Warum sterben wir? Wir können nämlich Wir können mich mal direkt besiegen Oh fuck Ich wollte was anderes nehmen Okay Die Verbindung hier Die muss ich auf jeden Fall verbessern Ne das kann doch nicht sein Kann doch nicht sein Dass ich mit einem Schuss sterbe Okay aber 13 zu 13 Das ist spannend ne Oh wenn ich jetzt hier gerade Gar nichts leisten kann Weil Auch wenn es so wenig nichts bringt Aber Sicherheit Dann können sie es nicht benutzen Oh Ich greife an Er hat denn da Der Granate hingeschossen Oh alter Boah alter Boah alter Hör auf zu leggen Alter Boah alter Warum muss das immer so leggen E Warum muss das so leggen Das leggt ja so hart Das könnt ihr mir gar nicht glauben Wir haben zwar trotzdem noch gewonnen Aber das leggt so hart So kannst du nicht zocken Mit dieser Verbindung Ihr merkt Das leggt so hart Da kannst du gar nicht zocken Mit Das ist ja furchtbar Däh Sieht man da unten Das ist richtig Das leggt richtig hart Da oben Vor allen Dingen So die unten Nur Trottel Darkseed Ist der erste Geil Dass wir einfach Rebellen Bei uns im Team sind Wow Ich habe jetzt Wunderbar viele Punkte Oh letzter Egal Na gut Ich bin auch später Jetzt dazugekommen Und habe wirklich nichts geleistet Wegen der scheiß Verbindung Das heißt Ich werde jetzt mal die Verbindung Etwas verbessern Okay Geht weiter Neue Runde Oh Sieht mal auf Links da Wie ist der Planeten Hier noch gleich War es Takodana Ne Siege dem Widerstand Okay Jetzt sind wir Sturmies Sieht bisher noch gar Keine Gegner Alter Jetzt hör auf Die irgendwo festzulaufen Äh Jetzt müssen wir Mal einen Kill machen Oh nice Ich habe einen Kill gemacht Oder nicht Alter Hör auf Hör auf Hör auf Ich hab es nicht Alter Wo ist der Wo kommt der denn hier Hallo Ich habe doch Die ganze Zeit Geändert Ich habe doch Die ganze Zeit Auf die Auf F gehämmert Wie so ein Blöder Ich habe da wirklich Jetzt die ganze Zeit Wirklich auf F gehämmert Ich muss sagen Die Tasten sind irgendwie Doof belegt Da komme ich irgendwie Nicht richtig ran Warten wir hier nicht Auch in der Story Oder Kommt mir das jetzt Bloß zu Wäbel Bekannt vor Der kann auch so schießen Wie geil ist das denn Okay Das hat jetzt Gar nichts gebracht Jetzt sollte ich mal Bei dem Bei dem Team Beim Team Bleiben Ich hätte ich jetzt Vielleicht eine Granate Gebraucht Hier ist einer bei uns Ne Ja Oh alter Hast du mich gerade erschrocken Na ja Auf mich zu erschrecken Oh fuck 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 Wo ist der Wo kam das her Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden Wo rennen hier jetzt alle hin Hier ist aber irgendwas Der zeigt mir irgendwas an Gut ich habe ihn immerhin getroffen Super Kann man sich eigentlich schon fast denken können Hier ist der Rand der Map Wir sind hier mitten am Rand der Map Ist hier irgendwo mal Gegner oder so Irgendwie sehe ich hier gerade gar keine Irgendwie Gegner sind gerade Mangelware Vor allem sind es immer die Heiler Aber jetzt ist wirklich mal ein Gegner Mangelware Ich meine derzeit führen wir ja aber Trotzdem Gegner sind gerade Mangelware Alter Der ist ja scheiß Typ hier Ah man Alter was war denn das jetzt hier mit der Verbindung E Alter ich habe hier noch so was von gehabt Warum Reagiert der mehr nicht wenn ich drücke Ich meine ich habe so was von auf F wieder geheimert Aber ich weiß nicht warum er immer auf F nicht reagiert Immer ist das F der nicht reagiert Oder das nicht reagiert Warum reagiert das nicht War ein F Alter ich habe doch F gedrückt Diese F-Taste die geht mir so auf die Nerven Ich glaube ich muss mir echt mal eine bessere Tastatur holen Die nervt mich voll Ich drücke hier auf F und ist nichts passiert Jetzt bin ich mal spawnig ja noch innen drin Die Musik ey Voll dramatisch Ja das ist toll aber Wo bin ich hier eigentlich Ich sehe nicht mehr durch wo bin ich Im Keller oder was Oh fuck da geht es ja auch durch Okay Hä Da war doch gerade noch gar keine Ich habe doch extra geguckt Also manchmal verstehe ich nicht wo die Leute auf einmal herkommen Ich dachte da geht es nicht durch Ich dachte da wäre Wäre zu Oh ich dachte da wäre ein Gegner Ich dachte wirklich da wäre ein Gegner Okay du bist einer von uns Okay Wo ist hier mal so ein scheiß Rebelle Aus dem Weg Hör auf der Amate Okay schade Da war keiner Ich dachte da war jemand Was kann ich doch mit ihm machen Hier bringt mir nichts Ich weiß nicht so viel Wenn jetzt kein Gegner in der Nähe ist Ich brauche mal so einen Raketenwerfer Wie die hier Sowas will ich haben Oh wo kommen die immer alle her Ich verstehe es nicht Warum werde ich immer so plötzlich beschossen Und ich sehe einfach gar nicht wo Irgendein Gegner oder sowas Ja ist richtig Wo kommen die ganzen Gegner alle her Wo waren der jetzt bitte Och da oben ey Leck mich doch Alter Mit deinem Scheiß da oben rumstehen Ich nehme jetzt mal einen Offizier Den habe ich doch gar nicht genommen Müssten die denn ausgerechnet genau da oben rumstehen Ich will nicht die ganze Zeit hier sterben Ich will mal einen Kill machen Oh Gott Was für eine ekelhafte Waffe ey Hä Hä Schütze 3 Irgendwie funktioniert die nicht Geht nicht Oh fuck Ja Oh Alter Kann der mal reagieren Wenn ich was drücke Oh Alter Mit Tastatur dieses Spiel zu spielen Das ist sowas von unmöglich Der reagiert irgendwie auf keine Taste die ich drücke Wenn es mal schnell gehen muss Der reagiert auf nichts Nichts Das ist voll doof Der reagiert auf gar nichts Ich drücke Ich hält mir die ganze Zeit auf F Und nichts passiert Das ist voll nervig Guck jetzt nicht davon Dass ich mich scheiße anstelle In dem Spiel Noch 15 Kills Sehr gut Hä So Na ok schade Den habe ich nicht mehr bekommen Oder wenn die mir so plötzlich Plötzlich von hinten kommen Wie das da jetzt zum Beispiel Wo kommt der bitte her Wo kam das jetzt bitte her Jetzt noch niemand Da Alter diese Waffe Ich hasse sie Warum funktioniert die nicht Wie funktioniert diese Waffe Die funktioniert aber nicht Ich drücke damit die ganze Zeit Und nichts passiert Ich habe die ganze Zeit Nichts direkt gemacht Aber nichts hat Nichts passiert Diese Crewwaffe Die funktioniert irgendwie nicht Die will nicht gehen Oh fuck Wo kommt der denn jetzt her Das jetzt zum Beispiel Wo kam das jetzt her Das ist doch gar nichts Das ist der Stein Den man jetzt gerade zeigt Der zeigt mir jetzt gerade einen Stein Das ist ja offiziell Geht man auf die Nerven Ich gehe mal wieder auf Spezialist Wir bleiben zusammen Was haben wir jetzt schon geschafft Oder wie Oh Gott Oha Okay Wir fassen zusammen Zwei Kills wahrscheinlich gemacht Aber egal Wir haben 12 gewonnen Und darum geht es ja letztendlich Ich will gar nicht wissen Welcher Platz ich jetzt bin Bestimmt Letzter Mindestens Höchstens Letzter bestimmt Hier drin Welche Vision die ankommen Das ist mir jetzt schon klar Ja war klar Ich stelle mich auch Wirklich mal doof an In diesem Spiel Aber ich muss sagen Warum kriege ich nur so wenig Punkte 3000 Punkte Und dann geht er nur so wenig weit Ja gut Ich würde sagen Ich beende das jetzt hier Erstmal Die Folge ist jedenfalls vorbei Nächstes Mal Folgespiel bei den nächsten Spiel Wo ich weiß gar nicht Welchen nicht Dann nehme ich Vielleicht mal Vielleicht mal Sogar mal den 40er Und ich würde es erstmal sagen Bis bald Und ciao Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald